Der diesjährige Berlinale-Wettbewerb spiegelt die Welt, wie sie ist. Und diese Welt ist komplex, vielschichtig, aber auch spannend. Das zeigen die einzelnen Filme, aber das zeigen auch exemplarisch die deutschen Filme, die wir für sie ausgewählt haben. Und die möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Wir haben, was ganz selten in unserer Geschichte der Berlinale vorgekommen ist, wir haben in diesem Jahr vier deutsche Filme im Wettbewerb. Und wenn ich gleich mal mit dem ersten beginnen darf, es ist eine Geschichte über Geflüchtete. Wir haben das ja sehr oft im Programm, auch bei dieser Berlinale, aber es ist eine ganz besondere Geschichte. Es ist die Adaption eines Romans von einer Segers und der Transit. Und sie spielt in Marseille und sie spielt aber in der Jetztzeit. Und Christian Petzold, der zusammen mit seinem Freund Harun Farocchi dieses Buch für diesen Film noch mitentwickelt hat, für die war das eines der Lieblingsbücher. Und sie sagen, jetzt zeigt, diese ganze Geschichte zeigt, dass in diese Welt geworfen zu sein, was diese Menschen, was diesen Menschen passiert. Der zweite Film ist »Drei Tage in Kipperan« von Emily Artev. Es ist eine Geschichte, die viele von uns kennen, eine Fotogeschichte, die im Stern erschien über Rommé Schneider. Wir sehen den großen französischen Star, den wir als Deutsche mehr als Sissi kennen. Und wir sehen, wie sich ein großer Star in einen brüchigen Menschen verwandelt. Eine tragische Geschichte. Der dritte Film in diesem Wettbewerb ist von Philipp Gröning. Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Es ist eine Geschichte von zwei jungen Leuten. Sie sind unterwegs im Sommer und sie büffelt für die Philosophieprüfung. Es geht um Sein und es geht um Zeit und es entwickelt sich eine dramatische Beziehung. Und diese dramatische Beziehung endet dann in einer sehr realistischen Geschichte an einer Tankstelle. Der letzte Film dieses Wettbewerbs heißt »In den Gängen«. Und er spielt tatsächlich in den Gängen eines Großmarkts, eines großen Lagers, wo normalerweise die Gabelstapler fahren. Es gibt eine Liebesgeschichte. Es ist quasi eine Geschichte über die Liebe bei der Arbeit. Und im Laufe der Zeit entwickelt sich aber diese Geschichte auch in eine Geschichte über die Arbeit an der Liebe. Es ist ein eindringliches Porträt eines Arbeitsortes, den wir so irgendwie kennen, aber wir kennen ihn nicht so, wie er in diesem Film dargestellt wird. Es handelt sich übrigens um sehr sympathische Menschen, die hier gezeigt werden, die aber auf der Verliererseite unserer Gesellschaft stehen. Auf keinen Fall stehen sie auf der Gewinnerseite. Aber es ist ein schöner Abschluss für die Berlinale, denn es ist ein sehr menschliches Porträt des Alltags von Menschen, die sich bei der Arbeit begegnen. Übrigens, das Star-Kino wird auch bei dieser Berlinale nochmal neu interpretiert, jedenfalls das Deutsche an diesen vier Filmen. Wir haben einen Schauspieler, den Franz Rogowski, den man ja schon kennt, aus Viktoria, der dreimal auf der Berlinale in diesem Jahr auftaucht. Einmal im Film »Transit«. Dort spielt er die Hauptrolle und dann auch in den Gängen. Aber dazwischen hat er seinen großen Auftritt als deutscher Shootingstar dieses Jahres. Und ich glaube, er ist ein grandioser Schauspieler, der mit seiner minimalistischen Kunst, die er beherrscht, uns tief in die Rollen einführt seiner Protagonisten. Zum Berlinale-Wettbewerb gehört auch Berlinale Spezial. Und wir zeigen auch in diesem Jahr wieder einige Produktionen, die wir im Zoopalast zeigen werden. Dort wird auch ein neuer Schwerpunkt entstehen. Wir zeigen Berlinale Series. Wir zeigen sieben Serien, von denen vier Weltpremieren sind. Dort werden auch die Protagonisten anwesend sein. Drei Filme würde ich ganz gerne noch nennen im Berlinale Spezial. Das ist zum einen der neue Film von Lars Graume, das schweigende Klassenzimmer, eine Geschichte einer Schulklasse in der DDR, die sich gegen das System auflehnt. Dann ein Film aus Schweden, ein Film über Astrid Lindgren, über ihr Leben. Das war nicht so ganz einfach, wie sich viele Leute das vorstellen. Wir sehen sie über ihr ganzes Leben. Ein Film von Bernille Fischer, die hier schon zweimal auch bei der Berlinale mit ihren Filmen vertreten war. Und einen letzten würde ich gerne erwähnen, weil es der große Dokumentarfilm Argentiniens ist. Fernando Solanas, auch ausgezeichnet mit dem Ehrenbären der Berlinale. Er hat sich aufgemacht zu sehen, wie Soja angebaut wird, wie diese großen Landwirtschaftskonzerne die einheimische Bevölkerung verdrängen, wie in Wahrheit diese Futtermittel, die hier an unsere Tiere verfüttert werden, um die Fleischproduktion zu steigern, sei es Soja oder andere dieser Mittel, wie sie mit chemischen Mitteln gepäppelt werden und auf der anderen Seite, wie diese chemischen Mittel wieder abgesprüht werden. Dieser Film zeigt auch, was die Menschen erleben, was sie erleben müssen, die dort in der Nähe wohnen, die Kinder, die dort in der Nähe in die Schule gehen. Man sieht dramatische Bilder. Er selbst hat bei einem Bluttest festgestellt, dass er auch diese Gifte schon nach den Dreharbeiten in sich selbst hatte. Das sollte sich auch unser Landwirtschaftsminister Christian Schmidt anschauen, denn Glyphosat ist eins der großen Unkrautvernichtungsmitteln, die dort eingesetzt werden und dieses Mittel darf jetzt auch bei uns fünf Jahre länger noch auf die Felder gesprüht werden.